Nur eine knappe Autostunde südwestlich von Berlin und Potsdam entfernt erwarten Sie in Bad Belzig, dem jüngsten Thermalsohle-Hypert Deutschlands, ebenso spannende wie entspannende Urlaubserlebnisse. Wellness-Angebote zum Wohlfühlen und Gesundheitsurlaub in einzigartiger jodhaltiger Thermalsohle garantieren Ihnen in Bad Belzig vielfältige, belebende Entdeckungen. Und gerade in der kalten Jahreszeit gönnen Sie sich eine kleine Auszeit und finden Sie neue Vitalität in unserer einzigartigen Thermalsohle. Ob in der Badewelt oder bei wohltuenden Wellness- und Therapieanwendungen in Verbindung mit unserem natürlichen Heilmittel der Bad Belziger Sohle. In den warmen Sohlebecken der Badewelt beträgt der Salzgehalt zwischen 2 und maximal 4,5 Prozent. Das reicht aus, um die Durchblutung zu fördern, den Fettstoffwechsel anzuregen und angenehme kosmetische Effekte zu erzielen. Die Haut nimmt in diesem Umfeld wesentlich mehr Feuchtigkeit auf und wird straffer. Auch die weiteren Bestandteile wie Jod und geringe Mengen von Magnesium, Kalium, Calcium und Schwefel machen die Bad Belziger Thermalsohle zu einem natürlichen Heilmittel für vielfältige Therapiezwecke, für präventive Maßnahmen sowie für Wellness- und Fitnessprogramme. Ein Mix aus Sohle und Süßwasserbecken erwartet Sie in der großen Badewelt. Über 100 Sprudel und Perldüsen verschiedener Art garantieren Wohltuende und die Muskulatur lockernde Unterwassermassagen bzw. Nackenduschen mit demselben Effekt. Diese verspricht Ihnen vor allem durch den außergewöhnlichen Licht-Klangraum ein besonderes Badeerlebnis. Genießen Sie die scheinbare Schwerelosigkeit im warmen Sohlewasser bei entspannenden Klängen über- und unter Wasser und lassen Sie sich in eine Welt aus Licht und Farben entführen. Wer es lieber sportlich mag, kann sich bei der Wassergymnastik im großen Thermalbecken austoben. Diese findet viermal täglich statt und wird kostenlos angeboten. Oder machen Sie sich fit bei aktiver Bewegung mit unseren Präventivkursen wie Nordic Walking, Rückenschule, Muskelentspannung oder beim Aqua Rider Kurs in der heilenden Thermalsohle. Im Steinterme Spa, dem Wellness- und Therapiebereich, verwöhnen wir Sie mit entspannenden Massagen. Zum Beispiel mit warmen Steinen oder duftenden Kräuterstempeln, vitalisierenden Bädern und Packungen sowie pflegender Kosmetik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Genussreiche Erlebnisse verspricht auch unsere moderne Saunawelt mit ihren vielfältigen Saunen und Dampfbädern, die zum gesunden Schwitzen einladen, den gemütlichen Ruhezonen und dem liebevoll gestalteten Saunagarten. Eine überdachte Freiliegehalle mit Ausblick und viel frischer Luft bietet Ruhe nach den Saunagängen. Die Sauna- und Wellnesslandschaft besticht durch eine gemütliche und entspannende Atmosphäre. Genießen Sie die finnischen Saunen und die Dampfbäder. Lassen Sie sich durch die vielen hervorragenden Wellness- und Beauty-Angebote verwöhnen. Die Saunawelt ist textilfrei. Auch dort findet sich das badbälzige Heilmittel, die Thermalsohle, vielfach wieder. So in der 42 Grad Celsius Gradiersauna oder in der Eventsauna für Aufgüsse und Bania-Zeremonien. Kulinarische Gaumenfreuden erwarten Sie in unseren gastronomischen Bereichen in der Bade- und der Sauna-Welt oder in unserem stilvollen Thermenrestaurant mit Fensterblick in die Badewelt. Ganz nach Ihren Wünschen. Probieren Sie es aus und entspannen Sie in Deutschlands jüngstem Thermalsohle Heilbad Bad Weltzig.